Nein, da hab ich keinen Bock mehr. Ja... Mach mal hier nicht so extrem, ja? Außerdem brauch ich noch, ich trinke noch. Oh, man, ich bin die Willy hier. Echt, ey. So. Jetzt aber. Was fahren wir denn? Ich mach erstmal alle zu. Damit hier keiner reinkommt. Zehn Runden! Ey, weißt du, wie klein die Strecke ist? Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf Kurven. Mehr hat die Strecke nicht. Nee, der Nils will mit mir alleine fahren. Wer hat denn gesagt, wer will mit? Wer will mit? Der Marcel. Der ehemalige Pro-Gamer. Jo, rein mit ihm. Jo, okay, komm rein, ich mach für dich auf. Aber dann soll ein Test kommen, ich hör nicht. Ja, ja. Ach, du musstest auch noch runterladen. Ja, dann können wir erstmal fahren. Dann fahren wir erstmal. Ja, geht schnell. Ja, ich schaue nicht. Und dann, ich schaue nicht. Aber mal, das wird auch noch runterladen. Aber mal, was geht das? Ja, ich schaue nicht. Und dann, ich schaue nicht. Ich schaue nicht. Was geht das denn? Online-Talks waren dort eher. Was machen wir? Wir fahren eine Online-Distanz 2533,4 Kilometer. Ja, aber ich müssen weniger. 104.000. Durchschnittsplatzierung bei Playlists, Förther. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Podiumsplatzierung bei Benutzer-Diften-In-Online-Events 96. Ich bin drin. Warte auf dich. Ja, ja. Ich trinke schon mal. Prost! Ja, reinschütten. Ich mach mit. Boah, weil ich ja nicht mal gespielt habe. Ja, guck mal, du startest sogar hinter mir. Kommt mir keiner noch. Sag mal, wie guckt der nach hinten? So, ich starte ganz hinten. So. Warum bist du durchsichtig vor mir? Weil ich keine Qualifikation aus habe. Boah, langweiler. Wie, ach, wie hat man sich durchsichtig? Ich schläge die Hände. Ich weiß nicht, warum du's denn rumgemacht hast. Boah, alter Schwede! Äh. Ich hab mich auch glatt ein bisschen verfahren. Aber schön um die Kurve geruchtet. Boah, alter Schwede! Bro, machst du mal kurz meinen Streamer, guckst, ob der gut läuft? Ah, zu früh, viel zu früh! Oh! Was fährst du eigentlich? BMW M1 Coupé. Aufgetypt komplett. Den hab ich gar nicht. Ich hab alle Autos. الصshow. Oh nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Ja, 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 und ab mitabingünstig weg den Ende. Ja, ich weiss. Du gotst. Du gotst. Oh, jetzt ist's jetzt weg. Jetzt bist du. Jetzt kann ich deine Chance mehr. Oh? Ah, dann mach mal hier mit Kollision ein, ey. Dust halt drauf. B quickly. Ja, mach sich gar nicht drauf. Aber zum Einfahren passt schon. Das ist schon im Norden. Ich meine, die Süße hab ich dann nach Minder gefahren. Oh mein Gott. Im Dreh im Sinn, ey. Ja, weil die ja noch gerade an dem Laufen sind. Aber, Nils, eigentlich müsstest du die stärkere Karre haben. Weil du Allrad hast. Ich hab Peng. Und hast lange nicht mehr gespielt. Also von daher bist du eigentlich, meine Güte, je nachdem, mehr als vorne an. Ich krieg's grad nicht gebacken. Ich weiß nicht mehr, wo meine Bremspunkte sind. Ich weiß nicht mehr, in die Strecken, ey. Ich drifte hier jede Kurve. Ich fang's mal zu überrumpen. Ja. Eigentlich dürftest du von mir nur noch Rauchschwaden sehen, wenn ich durch die Kurven halze. Nö. Ich seh dich ja nicht. Es ist knapp vor mir. So circa 100 Meter. Ja. 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 Ich hab jetzt drei Fahrzeuge gemacht und wehe! Oh komm wieder! Absolut! Ich zick, ich bin nur ab und dann mal gezogen! Ich sitze nur ein Gelenk! Jetzt hab ich auch absichtlich, hab plötzlich gegriffen. Ist dann hier vorbei. Wann? Wann mal den Sein? Wann? Guck mal, Rückspiegel! Das Auto ist da ab hier. Aber du kriegst mich gleich noch, keine Sorge. Jetzt kommt eh die Stelle immer wieder ver-kacke. Du fährst die Chorua ganz falsch an. Ja, ich merke so selbst... Weißt du, wie lange ich das Spiel noch gespielt habe? Wann? Immer wieder so wie sie blühen. In der Kurve passen sie jedes Mal. Ich mach nichts so gut vorne. Ich weiß wo ich gleich den nächsten Mal wieder machen werde. Das war genau hier. In der Kurve gibt es einen Trick Nils. Vor der Kurve leicht vom Gas gehen und einlenken. Aber ist eh letzte Runde. Die Kurve ist in der Kurve. Nicht auf Ben, klicken. Jetzt fahr mal Red Bull Ring. Den kann ich nicht. Ich kann kaum hier ne Strecke ey. Boah, alter Schwede. Aber mach jetzt mal Kollision an und mach nicht so viele Runden. Alter Schwede ey. Das sind jetzt nur 5 auf dem Red Bull Ring. Längster Drift Online 226 Meter. Längster Drift Online 208. Ah, du bist bereit zum Spielen. Äh, ich hab noch gar nichts gemacht. Ne ne, ich meinte den... Den Marcel. Äh, gleiche TSIP wie der Roffelmau. Nur anstatt 991, äh 993. Hauptsache nur so von der Start. Ach so, es sind ja zwei... Äh, wenns. Och, ich hasse die. Oh Gott. Das ist mit die ganze Strecke. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Echt? Wegen der ersten Kurve oder was? Nein. Wegen den letzten beiden, die hinter uns sind. Die letzten beiden, die fahr ich mit Vollgas. Ich hasse sie. Aber hab ich nicht ein schönes Auto? Seh ich nicht, du bist direkt in hier. Oh, das hört sich falsch an. Das ist deine Fantasie, ich meine. Oh Gott. Gott sei Dank kenne ich da den Bremspunkt. Ja, ich kenne hier gar nichts mehr. Ha? Boah, sieh sie da. Sieh sie da. Sieh sie da. Ja, ich hab die aber auch nicht. Ich hab dich hundertprozentig erwischt. Erwischt? Entschuldigung. Wie hältst du? Ich kenne die Maske, wenn du jetzt sagst. Nusch. Boah, was ist denn hier für eine Schrott zusammen? Aber ich klebe dich schon wieder am Arsch. Ja, du hast ja auch einen stärkeren Motor. Mal sehen, wie du jetzt abbremst. Gar nicht. Ich gebe dafür noch Vollgas. Und... Voll in der Wange. Ja. Gar nicht mehr raus. Geilo Meilo, ey. Da musst du mal gucken, wie Marcel gleich spielt. Geil. Wie gesagt, ich hab's ewig nicht mehr gespielt. Oh, viel zu früh gebremst. Weißt du was? Was ist denn da drin dabei, ey. Boah, kein abkürzend. Boah, ich hab... Was ist denn das für ein Tisch? Hast du ein bisschen über die Vorderachse geschoben. Ja. Das mit einem Allradler. Ich hab einen Allradler? Ja. Schau mal, wie du dich auch kennst. Mann, fucking krass da. Auch nicht? Der A34 hat von Berg aus Allrad. Ich sollte, glaub ich, jetzt mal den Ton vom Spiel wieder anmachen, damit ich den Motor höre. Und vielleicht die Musik nicht ganz laut machen. Ja. Ohne Motorsound. Bisschen komisch. Ey, komm. Komm wieder. Oh, viel zu weit raus. Mhm. Komm wegen. Ja, 1,21 der Runde ist eigentlich spannender. Also, das ist ja... 1,24. Jetzt hab ich abkürzend gekriegt, Alter. Ja, trotzdem bist du noch vorne dabei, vorne. Ja, du holst doch schon auf, weil du einfach die größere Speed hast. Falls du kein Schizzle, mannissle, nur hol ich Kizzle. Schizzle, Kizzle, Telewizzle, mannissle. Na komm. Na komm mal, wie du wegziehst, komm mal, komm mal, komm mal. Ey, du kommst doch jetzt schon wieder ran im zweiten oder im dritten Gang. Im fünften? Ja, guck mal, du kriegst immer noch Wetter. Na, viel früher aufs Gas geschmieden, äh, viel früher aufs Röpsen geschmieden. Oh, Schizzle. Ja, optimale Geschwindigkeit. Boah, wie gehässig du dich freust, Alter. Ne, ich freu mich über mich selber. Und. Ah, zu spät gebremst, äh, aber damit hat glaub ich noch rumgekommen. Ganz ohne Anbremse. Nein. Ich find, der M1 Coupé sieht im Werksumbau richtig stark aus, aber. Ja, natürlich, ich hab zu spät gebremst, da musst du normalerweise so zwischen dem 150- und 100-Meter-Film bremsen. Boah, Nils, mach'n Fehler, ich krieg dich. Ich mach' so, so Fehler, also von daher, ey. Da ist der Erste. Und jetzt kommen wir ja jetzt weiter mit, mit, mit Ansagen, mit Ansagen. Mit Ansage. Mit Ansage. Mit Ansage. Siehst du? Ein 1.19er-Zeit. Ja, dann warst du aber grad gut unterwegs, ey. Oh! Ja! Hast du den Abflug grad von mir? Nee, hast du nicht gesehen. Ich hab' nichts mehr zu tun. 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 Oh mein! Wie ist das denn wann es sich nicht erledigt? Nils, lass' mal rollen! Hast du die Hände? Lass' mal rollen, Nils! Was? Lass mal rollen. Warum? Damit ich dich noch kriege. Ist das wirklich? Ne. Hast du auch nicht gemacht? Ne, ich bin gerade abgeflogen. Ja, ich war auch. Außerdem mache ich jetzt eh wieder einen Fahrfehler. Immer wieder den gleichen. Ja, aber das sind keine 3 Sekunden. Joa, ganz gut. Ja, ja, ja. Jaw, ja, ja. Ja! Ja! Aaaaa Fährt er eine 1.19er? Irr Was sagt der, Tobi? I did not finish... ja... Nein, nicht Profil anzeigen, ich darf doch gar nicht Profil anzeigen, was will er denn jetzt hier? Na, du hast gewonnen. Na schon wieder! Was will er denn jetzt hier? So, weg da. So, ich geh mir jetzt schnell eine rauchen, Nils. Ja, mach das, ich rauch auch eine. Ja, wir haben uns angewöhnt auf dem Balkon zu rauchen. Auf dem Balkon? Yes. Ok, mach's. Yes, I do my best. So, also nicht gleich. Ja, ja, mach's. Oh, geile Mucke. Ich kann mehr als Level 43 werden? Oh, interessant.